Und willkommen zurück, 20 Uhr, Daisy am Airfield, nee, Airstrip, ne, in Valota, immer noch Adrenalin im Blut vom Kill gestern. Oh, er hat ein Essendin getötet. Also ich muss weniger rumzappeln, ne, eigentlich ist es ja. Ja, aber das war gut abgesprochen, Alter, das hätte auch uns passieren können. Geht der auf mich? Ah, der geht auf mich, ey. Pass auf, Patrick, wir gehen da jetzt rein. Ich rechts, du links. Warte, stopp. Sieh clear aus, sieh clear aus. Bin drin, bin drin. Treppe, 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 Treppe. Zombie, 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 zombie. Zombie, zombie, noch ein Handling-Backpack. Okay, oben, Etage clear und das Zimmer, mal gucken. Da müssen wir mal reingucken. Oh, jetzt noch ein M4-Magazin, Alter. Müssen wir mal reingucken und eventuell die Tür aufmachen. Hilfe, ist hier jemand? Nee, alles clear. Alles clear, okay. Oh, noch ein Magazin für die M4, Jungs. Also heute, guter Lut. TTS-Co-Jacket gesnackt. Ja, mach halt. Geil, ey. Hier kannst du mein Hoodie haben. Nee. Ich bin ich beleidigt. Fein gewichst, Alter. Bitte wo? Was? 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 Was hast du gemacht? Oh, Patrick, du wieder, ne? Oh, du bist so... Ja, genau. Oh, ii, ey. Wie geht, ey. Kann man hier in den Backraum? Nee, ne? Ich glaube, das geht nur Nordwesten. Warte, sind das da? Nee, Nordosten. Oh, Mosi-Muni. Oh, geil. Noch mehr Essen, Jungs. Ey, kommt alles mit hier. Ja, alles. Ich... Moa, Fats. Nix mehr. Ist alles... Gar nix. 2... 2,60er Magaziner, Alter. Na, bitte was? Lol. Ist von mir grad gegen die Wand gelaufen, die ganze Zeit. Ja, ich hab rausgeguckt. Ja, muss man doch mal sneaky gucken. Voll sneaky. Tja. Ja, wir wollen durch Valota, Kamarowo, Kamenka, ne? Ja, Moment. Wir rennen erst noch mal durch die Zelte. Er will es noch mal haben, Patrick. Er will es noch mal haben. Na gut, schaffen wir aber. Komm. Wir sind so weit gekommen, Jungs, ja? So weit. Und flamelt Patrick mal dafür, dass er so ein Bug-User ist. Ja. Alter, mach doch nicht immer die Tür hier unten zu, Alter. Na klar. Wieso denn? Sneaky. Das ist voll gut. So, Luzi, go, go, go. Go, 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 go. Na komm, also dein Ernst gerade? Okay. Okay, ich wollte grad mitmachen. Was? Okay. Und ne, mach keinen Scheiß, Jungs. Komm, über den Rasen. Ihr seid so krank, ihr seid so krank, ne? Ja, ihr seid so krank einfach. Wir müssen den Rasen platt machen. Ja. Lol, bei mir ist ja gar nicht. Bei mir ist es schon platt. Voll sinnlos, was ich tue. Bei mir glitschst du, Daniel, irgendwie. Ja, du bei mir auch. Du rutschst so, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ihr könnt Q und E auch gedrückt halten, einfach. Ja. So, go, go. Baracken looten? Baracken looten, Baracken. Da vorne rechts. Ja, ist meistens geiler Stuff drin. Und nochmal Nervenkitzel. Brauchen wir überhaupt noch was? Boah, hab ich erschrocken. Nö. Theoretisch sind wir doch jetzt gut. Es war so klar, dass die Schlampe jetzt losläuft, ne? Equipped hier. Aber egal. Erstmal in die Dusche rein, meinst du? Oh, Daniel. Erstmal duschen. Oh, Lucy. Okay. Ist gar nichts. Oh, Alter. Oh, die Ruhe, ey. Alter. Hier liegt noch Snap-Armonie, Alter. Letzten Raum. Hier ist noch eine Khaki-Weste. Pristine. Khaki? Pass mal auf, das ist ein Zombie-Zombie-Zombie in der Tür. Loll, Loll, Loll. Raus hier, raus hier. Oh, wie geht's hier, Patrick? Ja, mhm. Geschossen. Woo, super Idee. Ja, was? Beste Idee ever. Aber das war viel zu leise, Alter. Oh, nee, es kommt noch andere. Loll, die steht wieder auf. Loll, Alter. Bitte was? Hör aufs Schießen. Hör aufs Schießen. Hier ist eine SKS. Wird noch jemand. Alter, ich geh raus, ey. Ist einfach zu. Boah. Jetzt kein Fickfack machen, ne? Nee, mach keinen Scheiß, ey. Mach keinen Scheiß, Jungs. Ohne Witz. Immer schön sneaky bleiben. Grey tactical shirt. Ne? Ne, da will ich doch lieber grün. Boah. Ist sogar ein wenig zu hoch. So. Was? So. Ja, hydrated und so ein Kram. Loll, wer lädt nach? Na, du. Klar. Wie es einfach schon klar ist. Zeltem? Zeltem? Meltem. Oh, Meltem, ey. Oh ja, ne, leider nur Zweiter geworden. Ja. Hätte da mehr anrufen müssen. Ich hab mir diesen ersten Song da ja mal angehört, ne? Also den vom ersten Platz irgendwie. Finde ich richtig schlecht. Ja, ach. Willst du denn erwarten? Nö. Meltem wäre aber geil gewesen. Ja, ja. Ne YouTuberin, die Erster wird, oder? Ich hab das nicht einmal, nicht einmal gesehen. Aber Meltem ist trotzdem für mich Siegerin der Herzen. Meines Herzens. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Meltem. An dieser Stelle. Schöne Grüße. Falls du das sehen wirst. So, nicht, dass jetzt einer hier drückt, ne? Warte mal auf Luzi, bitte, Patrick. Ja, ich bin schon bereits hinter dir. Na, hier macht niemand auf Pussy. Geh mal vor, Luzi. Auf jeden Fall. Da vorne rinnt ein Zombie. Halt, da läuft einer. Wo? Da ist ein Zombie. Der Zombie wurde gepullt von jemandem. Passt auf. Nein, von uns. Ah, der war zu uns. Okay, der war verpackt. Ja, dann komm jetzt rein. Scheiß auf den, ne? Kann man durch die Zelte eigentlich durchschießen? Lol. Wer war das? Ich. Patrick. Die Zelte. Alter, ihr seid ja schon da vorne, Alter. Ja, klar. Du hast gesagt, trenn vor. Ich trenne vor. Was los da? Was geht los da rein? Was geht los da rein? Oh, hier haben wir noch eine sneaky Militärmütze hier. Ich habe jetzt so eine grüne Mütze. Auf, Achtung, ne? Hier hätten wir noch so ein Mongo, ne? Ich habe dir gerade eine hingelegt. Ey, wir müssen uns unterschreiten können. Ne, die war, die war, ne. Die war voll cool. Ne. Swap and Gertz. Oh, ich habe jetzt eine neue. Oh, geil. Oh, Alter. Obwohl, ich glaube, die ist geiler, ne? Was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid, Alter. Schreibt es nicht in die Kommentare. Na klar, schreibt es in die Kommentare. Nein. Was denn? Alter. Was ist denn los mit dir? Hm? Braucht ihr jetzt noch einen Empfehlung? Ne. Ach, Alter, ne. Ach, ach, ach. Melton. Oh, wenn einem nichts mehr einfällt, einfach mal melton. Ich bin jetzt in diesem befestigten Gebäude. Lol, zwei Zombies. Lol. Vor-Rushed, ey. Können wir bitte ankündigen, wenn wir schießen? Alter. Ne, wir wissen doch schon, wie das, wer das ist, ne? Ach, in diesem Gebäude da. Da waren wir ja mal vier Uhr nachts drin, ne? Ach, da. Ja, ja, da war aber nichts drin, glaub. Wieso, die sind alles abgelaufen hier? Genau. Lol, Long-Range-Scope liegt hier, Alter. Alter. Zustand? Zustand? Hammergeil. Oh, geil. Tactical Bacon. So, also wir müssen halt jetzt hier nicht systematisch abgehen. Nee. Zähne, sondern nur grob. Wir haben nur gezeigt, dass wir Eier haben, ne? Genau, dass wir richtig fette Balls haben, dass wir uns hier reintrauen. Na gut, gehen wir wieder zurück, oder was? Ja, ich würde schon nochmal in die Zelte gucken. Ah, da guckt er nochmal rein. Da lugt er nochmal rein. Da lugt er nochmal rein. Aber er liegt jetzt, das ist das erste Mal, dass ich mitkriege, dass hier irgendwie überhaupt was drin liegt, ne? Ja, das ist schon ein bisschen länger so. Also ich glaube, seit dem letzten oder vorletzten Patch. Hier ist noch eine schwarze Weste, wenn jemand haben möchte. Oh, ich habe einen Bypod gefunden. Munitionlicht hier, ein Chestholzer, Alter, krass. Eine Optik, Alter, was liegt denn hier alles rum? Olive Tactical Shirt. Willst du das haben, Luzi? Tactical Shirt. Ja, Olive. Hast du noch diesen grauen Hoodie? Ja, ich habe noch diesen grauen Hoodie. Ja, komm, dann bringst du den mit. Okay. Bringst du den mit, ey. Meinst du, das ist besser? Ja, Camouflage. Camouflage. Das ist Tactical. Das ist Tactical. Tactical. Tactical Bacon. Weißt du Bescheid. So, die Frage ist nur, wo bist du? Wir finden uns. Wir werden uns finden. So, ich bin jetzt quasi bei diesem befestigten Gebäude da. Was so umlegt ist, von dem Tarnnetz? Tarnnetz? Da vorne bist du, glaube ich, oder? Warst du das da gerade? Ich bewege mich jetzt wieder am westlichen Zeltlager Richtung Straße. Jo, machen wir. Ist ja nichts los hier heute, ne? Das sind die ganzen Spieler. Alle Angst, ne? Alle ausgelockt. Angst, Angst, ja. Alle ausgelockt. Sehen Heidegger auf dem Server. Oh, oh, oh. Lol. Lol, Luzi. So. Wollen wir das hier austauschen? Ja, komm. Da ist es. Da ist es. Wo ist es? Da ist es. Ich hätte noch eine RV1-Optik. Christine. Ach, das ist ja nur so ein Shirt, ne? Ich leg die mal hier hin. Ah, die RV1 war, glaube ich, die ich am besten fand, ne? War das die? Sag mal. Wirst du sehen gleich, ne? Ja, geil, Alter, danke. Boah, krass, geil. Ey, du bist ohne Scheiß der Beste in letzter Zeit. Ich bin der Geilste. Auf jeden. Geil. So. Ich war noch nie so equipped, glaube ich. Roadtrip macht man runter. Ja, hm. Ich war immer nur so der Stadt-Mongo, weißt du? So. Da war ein Schuss, oder? Ähm, ich hab nix gehört. Lass sie sich doch betteln nach oben am Tower. Wir haben alles weggesnackt, was wir kriegen können. Ich bin. Na, willst du mal wissen hier, Daniel. Ja, da war ein Zombie, der hat sich nicht bewegt. Ach so. So, und ab nach Kamenka. Geil. Erstmal nachladen. Ja. Ich geh aber hier so ein bisschen Bundeswehr. Na klaro. Immer doch. Hier gab es ja auch einen Brunnen irgendwo, ne? Mhm. Auch zu Challenge machen? Ab jetzt hier der Brunnen? Ich weiß gar nicht, wo die sind alle. Ich weiß nur, dass hier, glaube ich, vorne direkt am Haus einer ist oder so. Keine Ahnung. Ja, links irgendwo, links. Sneaky, 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 sneaky. Wo seid ihr? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hinter dir, oh Gott. Oh. Daniel ist auch hinten? Ah ja, geil. Klar bin ich hinten. Ah, hier ist ein Brunnen. Läuft denn da vorne? Ah, ein Zombie. Und noch ein Zombie. Hinter dem roten Haus? Ah, hier ist ein Seil in der Garage. Wo? Oh, das will er haben, du. Das will er haben. Wo? Ja, in der sich. Endlich. Drink water, drink water, drink water, drink water, drink water. Ja. Ich weiß ja, weshalb ich meinen Burlap-Sack die ganze Zeit dabei hatte. Endlich zahlt es sich aus. Zombie, 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 Zombie. Patrick, weg da. Scheißegal, Alter. Bam. Bam. Alles okay. Ist jemand hinter mir? Alles klar, wir sind quasi in dir. Alter, lass doch mal die Tür auf, Alter. Ja, das ist einfach so ein Reflex. Der Tür zu geht gar nicht. Wow, Zombies, pass auf, Daniel. Wow. Alter, ich stehe hinter der Garage, ey. Ey, bist du verrückt, ey? Ey, bist du verrückt. Ja, wat denn? Wat mal auf, du? Ich bin hier am Machen, ne? Und da kann ich jetzt so'n Scheiß nicht gebrauchen. Der Onkel Beda. Ich hab noch einen M4 Suppressor. Bringt nix, aber so fürs Auge, find ich... Hier sind mir eindeutig zu viele Zombies, ne? Definitiv. Ich hab einen Suppressor, hab ich. Einen Suppressor. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ja, ich hab Cornflakes, die will ich jetzt nicht... Ja, scheiß auf Cornflakes. Ich bin heiß. Heiß auf was? Bestimmt's vor dem Markt. Ah. Er muss bestimmt so'n größerer sein, wenn das so verlassen ist, ne? Ach so. Bestimmt. Ja. Meinst du? Wahrscheinlich ist da immer der geheime Battletreffpunkt von der ganzen Clan. Wir rennen da hinten, wenn der ist wohl schön abrasiert. Oh, ja. Ja. Tja, Balota. Tschö. Tschö, Balota. Wir haben's überlebt diesmal. Hahaha. Ey, wir haben Elektro überlebt, ne? Elektro. Er ist ja nicht richtig drin, aber... Lass mal ein bisschen nach links laufen, da kommt gleich so'n Sumpf. Diesmal war ja... Diesmal war ja eher in Cerno die Action, ne? Willst du den mal angucken? Äh, ja, bei Nacht. Ja, das war schon riskant da wieder. Ich fand's aber ehrlich gesagt geil. In der Nacht da. Und du weißt nicht, wer wer ist und wo überhaupt jemand ist. Und du hörst nur Schüsse. Alter, der Sumpf in der Sonne. Boah, geil. Oh. Einfach nur geil. Aber ich kann jetzt nicht andauernd Sonnenuntergänge in die Thumbnails machen. Wieso? Wieso nicht? Dann mal doch Blut rein in die Sonne. Ah. Hahaha. Guck. Mach auch einen. Screenshot meinst du? Softie. Sieht aber schon geil aus einfach. Laufen wir über die Brücke im Sumpf? Ich mach das jetzt. Die Brücke im Sumpf. Die Brücke im Sumpf? Ja, kommt mal mit, kommt mal mit. Was ist denn da eine Brücke, Junge? Kommt mal mit. Das sind Rohre. Kommt mal mit. Ach da, Alter. Lauf drum auf den Rohren lang, Alter. Mach mal. Alter, das wird ein Fail, glaubt Daniel. Bläubiert drauf. Oh, ich's drauf hab. Was für eine Brücke, ey? Ja, hier vorne. Ach, wieder. Dieser Steg, dieser Steg. Ah, da vorne. Du hast ein Auge heute, du. Oh Gott, Wasser. Hardcore PVE, ja. Wieso bleibst du stehen? Äh, weil ich eine Mail gelesen hab. Ach so. Alter, wir nehmen ja auf. Da liest man keine Mail. Ja, ging doch fix. Na, Daniel schon, Patrick. Ach, warte mal. Alter, ein Hubschrauber. Der hat bestimmt Loot drin, ne? Glaub weiter, Alter. Ich will da hin, Alter. Du Choder. Das ist echt ein Challenge hier. Hier drüber zu laufen. Über die Scheiße. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn du ins Wasser fällst. Ich hab immer so Schiss, dass dieser Bug auftaucht, ne? Ist was drin, ne? Weiß ich nicht. Mal gucken. Ach, komm. Oder drum, oder so. Da muss doch mal mindestens ein M4 oder so drin sein, ey. Die müssen ja auch irgendwas gehabt haben. Ja, was ist denn das für eine Heli, sag mal. Also, komm. So eine dicke Gatling Gun wie Rambo im ersten Tag. Boah, naja. Das wär überpowert, ey. Ja, komm. Lass mal reingehen und Folge hier beenden, ne? Was? Oh, ich bin schon voll weit vorne, Alter. Ist es schon so weit, oder was? Ja, das ist schon lange, Alter. Was? Eine halbe Stunde schon. Das geht so schnell heute. Was ist denn los? Na, keine halbe Stunde. Aber gut. Patrick, kannst du? Ja, ich bin ganz weit vorne, aber... Ja, wir warten auf den Piloten quasi. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. 20 Uhr der See und bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Tschö.